Willkommen bei unserem Original-Räder-Ratgeber. Ich bin Steve und zeige dir 5 Gründe, warum du originale Felgen kaufen solltest. Felgen gibt es in zwei Hauptarten. Alufelgen und Stahlfelgen. Alufelgen unterscheiden sich weiter in originale Felgen von Herstellern wie Audi, BMW, Mercedes oder VW und Zubehörfelgen von Drittanbietern. Grund 1. Höchste Sicherheit durch beste Qualität. Sicherheit geht vor. Originalfelgen bieten die beste Qualität und somit maximale Sicherheit für dich und deine Mitfahrer. Sie sind ein wichtiger Bestandteil deines Fahrzeugs und gewährleisten, dass du sicher unterwegs bist. Grund 2. Perfekte Passgenauigkeit. Mit originalen Alufelgen kannst du sicher sein, dass sie perfekt an dein Auto passen. Keine Unsicherheit mehr beim Kauf, die Passgenauigkeit ist vom Hersteller garantiert. Grund 3. Keine TÜV-Eintragung nötig. Originalfelgen erfordern keine zusätzliche TÜV-Prüfung oder Gutachten. Das spart dir Kosten und Zeit, da Zubehörfelgen oft extra vom TÜV geprüft werden müssen. Grund 4. Erhöhte Wertsteigerung deines Autos. Originalteile wie Felgen erhalten den Wert deines Autos besser als Zubehörteile. Sie helfen, den Wertverlust durch Verschleiß und Gebrauch zu minimieren. Grund 5. Erstklassiges Design für optimale Optik. Originalfelgen sind nicht nur funktional, sondern passen auch perfekt zum Design deines Autos. Sie sorgen dafür, dass das Gesamtbild deines Fahrzeugs stimmig und ansprechend bleibt. Besuche unseren Originalräder 24 Felgenshop und finde die perfekten Originalfelgen für dein Fahrzeug. Dein Auto wird es dir danken. Bis zum nächsten Mal.